Herzlich willkommen zur Tour Barrierefreie Mobilität. Mobilität ist die Voraussetzung für wirtschaftliche und soziale Teilhabe. Wir testen fast alle Verkehrsmittel aus und Sie sind herzlich eingeladen mitzufahren. Hallo, mein Name ist Steffen Bühle, ich komme aus Heidelberg. Ich bin Marc-Oliver Klett, 42, blind mit noch einem ganz kleinen Sehrest und komme ursprünglich aus Reutlingen. Ja, mein Name ist Klaus Honold, ich bin hochgradig sehbehindert, habe also noch einen Sehrest. Hallo, mein Name ist Christian Gumbart, ich komme aus Besikheim, bin seit zehn Jahren jetzt im Rollstuhl und bin hier dabei, um zu testen, wo die Hürden sind im Rollstuhl. Perfekt, vielen Dank. Mein Name ist Herminio Katzenstein, ich komme aus der Nähe von Heidelberg und ich bin grüner Landtagsabgeordneter. Und für die grüne Fraktion bin ich auch Vorsitzender des Arbeitskreises Verkehr. In der Regel sollte man bei Türen, so Schwingtüren, die Leitlinie immer daneben ankommen lassen, weil wenn da jetzt jemand rauskommt, während ich auf die Tür zulaufe und der drückt die Tür auf und haut sie mir ins Gesicht, das kann nicht passieren, wenn ich mit der Leitlinie neben der Tür ankomme. Na ja, das steht ja gut. Das ist ja absurd. Das ist ein Diss von der komischen Rampe hier. Das ist genau das, was ich meine. Ja, genau dasselbe. Aber das ist genau das Gleiche, das wäre als eine Handvoll. Viel zu groß. Und dann kam das erste Hindernis mit dem Fernbus, die fehlende Rampe dort und der fehlende Sitzplatz. So, perfekt. Wir saßen ganz gemütlich neben der Einstiegstür. Ansonsten kann man sagen, dass man heute sehr deutlich gesehen hat, dass Behinderungen einfach unterschiedlich sind. Der eine braucht mehr Hilfe, der andere weniger. Der eine kann bestimmte Ausfälle kompensieren. Die ansteuerlich sind damit! Die ansteuern und die ansteuern. Der eine komplette Ausfälle ist gut. Der eine kann vielleicht nicht sein. Und dann ist das so sehr wohlgekommen. Diff. 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 Ja, aus meiner Sicht ist der Tag sehr gut und vor allem sehr informativ verlaufen. Es hat gezeigt, dass es durchaus Bemühungen in Richtung Barrierefreiheit gibt, dass aber dieses Thema noch viel Anstrengung und Energie bedarf. Ich bin auf der Fahrt von Stuttgart nach Karlsruhe so, dass ich eben die Einstiegshilfe abbekam, weil die Angestellte sie zu früh losgelassen hat, kann passieren, eine Entschuldigung wäre an der Stelle vielleicht nicht so schlecht gewesen. Ein spannender und erkenntnisreicher Tag liegt hinter mir. Mir ist nochmal deutlich geworden, wie viele kleine und große Hürden es im öffentlichen Verkehr gibt und dass manche Leute auf fremde Hilfe angewiesen sind, um diese zu überwinden. Es bleibt also noch viel zu tun, auch für uns in der Landespolitik, weil wir sind ja für den schiengebundenen Regionalverkehr zuständig. Schön fand ich die gute Stimmung heute im Team. Wir haben viel gelacht. Menschen mit Behinderung werden häufig behindert, beispielsweise durch fehlende oder defekte Rampen oder durch Bahnsteige, die nicht die richtige Höhe haben. Wir haben aber auch gesehen, dass sowohl das Bahnpersonal wie auch die Busfahrer äußerst freundlich und hilfsbereit gewesen sind, ebenfalls Mitreisende, die immer bereit gewesen sind zu helfen, wo Hilfe notwendig ist. Gleichzeitig hat aber die Politik und haben die Verkehrsunternehmen auch noch eine Menge zu erledigen auf dem Weg zu einer barrierefreien Mobilität, zu einer Mobilität, die allen Menschen Teilhabe ermöglicht.